Juuuut, dann machen wir hier weiter, ne? Scheiße. Nicht gekauft. Muss eh Same Day Delivery machen bei dem. Kaufen wir das damit. Halb so weit. So. Dann machen wir den quasi sauber. Und der wollte die schwarzen Kabel haben, nicht wahr? Das Lied. Das Lied. Untertitelung des ZDF, 2020 Heute schwarze Vielen Titanen, 4 Gigabytes Ähm Ja Was war bei dem nochmal? Upgrade 1,5 Terabyte Dann tun wir den jetzt nochmal schnell auf Zeiten legen Ich kann nämlich gleich was der für eine Platte drin hat Eigentlich ist ja wurscht Weil wir sehen wie viele Slots der noch hat So eine 1,5 Terabyte Platte 1 Terabyte Auf 1,5 Updaten Was war da drin? 500 Dann kriegst du noch 1 Terabyte 1 Gigabyte 250 3 Terabyte 1 Terabyte Uh-huh Uh-huh Ja Wollt ihr da auch noch so einen unterschwelligen Rotz haben? 1 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 19 14 14 14 15 16 Tudor. Du machst jetzt der Kollege, der die schwarzen Kabel wollte und eine Innenreinigung. Eine Innenreinigung habe ich noch nicht vorgenommen, wäre das nötig gewesen. Ah, das ist der Case, wo wir zwei Sterne brauchen. Ein paar Kunststoffschwarzkabel, würde das alles hübscher machen. Ich habe Kunststoffschwarz drin, oder? Kabel habe ich definitiv getauscht. Bei den Fabric-Bots. Innenreinigung hast du gekriegt. Ja, leck mich doch am Arsch. Kriegst du jetzt noch den Rahmen? Deckel drauf. Fabellasch. Warum habe ich den PC noch nicht von dem Typen... Ja. Hammer. Hammer. Brauchen wir nicht. Wir haben noch nicht zwei Sterne. Wollen wir noch nicht zwei Sterne. Dann müssten wir aber zwei Sterne haben, oder? Ähm... Ähm... erledigt gut den transportweg auf dem transportweg erledigt immer wieder diese meldung aussieht irgendwie nach abzock aus meiner mannach wäre am besten sie würden mal renovieren fahren bekommen sie das bis zum 16 morgen hin die kunststoff schwarzkabel sehen wirklich toll aus die lösung schütze sind ganz schön verstaubt darf das denn sein brauche upgrade aber im pc können sie mit 16 gebrauch der computer mal ein frühes potz wenn es dann möglich wäre wenn ihr ein paar kunststoff schwarzkabel hat dann prima im bruder team group in seinem pc und sagt das sei vom allerfeinsten aufgaben nicht mehr möchte 8 gb ram bis zum 18 geschaffen innenreinigung habe ich noch nicht vorgenommen pc bei ein paar von diesen abgefahren kunststoff weiß kabeln gesehen haben wir nichts drin erledigt da schauen wir mal der wollte die schwarzen kabel haben oder plateli blablabla kunststoff schwarzkabel blablabla kunststoff seaweb Untertitelung. BR 2018 Ah. Ich persönlich fände der Eisekabel schon cool. Dann kommt die 16-Wand wieder drauf. Gebt Gas, mein Freund. Erledigt. Warum habe ich einen 8 GB Riegel gekauft? War das der? Hätte ich sauber gemacht. Warum habe ich einen 8 GB Riegel? Ich bin verwirrt. Fuchs Georg, weiß es nicht, weiß es nicht. Kunststoff schwarz Team Group in seinem PC. Ich hoffe jetzt aber nicht extra irgendeine Team Group Kabel. Jetzt machen wir sicherlich nicht. Alles gut. Jetzt noch alle Kabel in Kunststoffschwarz. Fuchs-Georg-Fuchs-Analyse. Hätte ich jetzt quasi den Spaß auf... ...die überkaufen sollen oder was? Noch gar nicht so weit, oder? Dem gestehe ich nicht, was der mit seinem Kunststoffschwarz-Kabel will. Mal hier drunter schnell. Jetzt noch mal hier drunter. Wenn ich... Jetzt machen wir mal ein sichtliches. Machen wir mal das weg. Dann machen wir... Kunststoff. Hab ich... Schwarz. Sorry. Ah, Data Premier Series. Den Warenkorb. Kommst du erst einmal wieder auf Stand-By? 8 GB auffristen. Ein teuer Freund Museum. Ein teuer Freund Museum. Innenreinigung hat er nicht vorgenommen. Kunststoff Weiß willst du haben. Okay. Erst einmal sauber machen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na? Da ist noch ein schwarzes Doch weiß! Brauchst du oder was? Dann hab ich gern Und ich in schwarz Du bist Soweit es mit der PS... Was war das für eins? Platine? Das müssten wir einzeln kriegen Geht ja nur vorne an den... Ja, das ist schon mitgeliefert beim Gehäuse Möglich Oh, da war noch was Gigabyte aufrüsten Team Group T4 Stark Wrapped Äh... Megahertz 24... Hier... Hier... Okay... Warteschleife... Okay... Virenscan Ähm... Das war der... Joseph Fien sympathisch Kommen Sie das hin Diese Kunststoffschwarzkabel sehen toll aus Die Auslüftungsschlütze ganz schön verstaubt 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 Da müssen eine andere PSU rein Weil die andere PSU grau sind Das ist jetzt dunkler, der Netz. Oh. Ich hab alle schwarz, nicht gehabt. Sauerbar gemacht, dann kommt die Seitenwand wieder drauf. Einmal, machen wir gleich dicht dran. Und die ganze Kamera. Alter, wieso drücke ich an der Unternehmen? Bim. Bila. Shit. Keine Ferien, Lebensloch. Mehr schauen, keine Sachen an. Das macht man nicht bei Kunde. Okay, wo ist hier, weißt du, auf private Sachen gucken. So. Dann kommst du in den Lieferbereich. Dann haben wir hier noch... Was war das? B, Finanzstark. B, Finanzstark. Grafikkarte aufrüsten, sechs Tage schaffen, wenigstens nicht so schnell wie er immer war. in eine hins Síndenreitigung... Um... wollte das schwarz haben grafik hatte aufrüsten gtx 79 gamer von bin hat die 89 weniger Hä? Auch 4 GB? 12,16 zu 12,41? Das war aber schon eine Gamer-EXL, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ganz kurz, warte mal, halt stopp. Komm. Ich will's noch nicht kaufen. Ähm. Ich will nicht kaufen. Ich ging eh in die Kohle. Den Mahnkorb. Du kannst ja noch warten bis morgen, oder? Bis Ende 6 Tage. So, und der möchte jetzt dieses Software da drauf haben. Und der leeren USB-Stick. genau das will ihn ran äh der drei gigabyte kaffeekarte gt 1050 ti karte vram 2 gigabytes er möchte vram dann brauchst du um den fünfer fünfer geht auf meinen nacken ein bisschen bessere was möchte ich hier stehen hinaus jetzt schauen wir mal ja 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 also wenn sie darauf kommen zu den neulingen streifte charakter blablabla systemreinigen werden beseitigen mit schlecht wie eine schnecke 16 gb arbeitsspeichere rechner spätestens am 18 zwei tage zurück habe schon mal und das ist schon mal von diesem club gehört die sind unglaublich toll sein ob es ist dass jemand noch ziemlich langsam ist 16 gb aufrüsten pc upgraden für die cpu etwas besseres neulich habe ich auf pc bei mpermodus abgefahren kunst auf weiß kabeln gesehen pc aufrüsten die cpu die cpu jetzt so machen wir nichts ich habe kurz noch bogen bogen Nein, jetzt sag bitte nicht, dass ihr im Shop nicht gespeichert habt. Gott sei Dank. Äh. Warum bloß hier? Warum haben bloß hier? Wir knütschen. Warum bloß hier? Rrrr. Genau. Ram. Ram. Bestplatte. E-Mail haben wir alles. Jutsch, dann tun wir den Tag mal abschließen, no? Jutsch, bitte. 8,8,Aaa 1. Hüaaahhh. of Buh. 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 cuz Buh. Vielen Dank.